Ja hallo und willkommen für die nächste Folge Dead by Daylight mit Raidenator. Lalalalalal. Genau mach ich schon. Alle Zeiten werde ich dann wieder rausschneiden. Ja, wenn es jetzt dann ladet, wenn alle bereit sind. Doch. Das magst du? Tja. Sag ich denn nicht. Ach, etwa dein Mundstück aus dem Holz rauszupfuhlen. Nee, steht was mit meinem Ring rum. Achso. Und hast du schon rausbekommen, das Mundstück? Ja. War schwierig. Boah, ist das laut. Look, mir was. Nee, ist nicht laut. Wer ist denn bei uns beiden fett, ha? Also ich nicht. Ich bin doch fluffig. Fluffig. Du fluffig. Oh nein, nicht die Map. Nicht die Map. Ja geil. Ich bin schon im Generator. Ach, die Map. Oh ja. Da freue ich mich mega drauf. Leck nicht im Arsch. So. Habe ich jetzt mal auch eingestellt. Es war ein bisschen zu laut. Oh nein, ich hasse die Map. Ich hasse die Map. Ich hasse einfach die Map. Die Map ist so. Mecker, 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 mecker. Ich hasse die Map. Hör auf zu meckern. Die Map ist so scheiße. Verlasse es doch. Hör auf zu spielen, wenn du es nicht magst. Verlasse es doch. Verpiss dich. Hör auf zu spielen, wenn du es nicht magst. Nee. F***. Äh, mach. Achso. Creepy Cat ist auch dabei geil. Ey Creepy Cat, das geht. Der erste Generator bin ich, wo Gott ich jetzt. Echt? Ja. Okay. Drei. 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 Eins. Zwei. Ah, da hinten. Ha, geil. Ja. Hier noch ein Generator. Du 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 du. Ich höre ihn, ich höre ihn. Welche ist das denn? Hä, wer ist das? Wie ist das? Die, die, die. Wo sumpt. Die, 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 was? Die, wo sumpt. Jägerin. Ja, genau. Ich hasse die scheiß Hasen. Tristet sie. Nur weil sie in scheiß Wald abgewachsen ist und so aussieht, kann man, ja, muss sie nicht jeder umbringen. Weil sie hässlicher als die Nacht ist, kann ja nix machen. Nein, jetzt macht sie ihren Generator kaputt. Ah, da hinten, wo ist es also. Aus dem Schrank raus. Darfst du eigentlich schon klar, jetzt bin ich weg. Und Generator weitermachen. Tschüss, bin weg. Haha. Ah, da rauskommen. Bitte was gescheit, bitte was gescheit, bitte was gescheit. Ja. La, la, la. Schnauze. La, la. Schnauze, du bist zu laut, ey. La, la. Ich komme hier rüber und schrei dir den so auf. Ne, ich lebe nicht. Das ist eine schlechte Idee. Guck mal. Der Fernseher, ne? Ha, der nehm geschmissen. Das muss man auch, das muss man auch erst beherrschen. Schmeißen, das ist wirklich, wirklich sehr anstrengend, beziehungsweise sehr schwierig. Das hat er nicht geschmissen am Boden. Mir ist schwierig, wenn ich anfangen kann, keine Ahnung warum. Was war das denn? Das ist nur neu. Das alles explodiert. Wenn ich ihn generate, okay, das ist neu. Darauf war ich nicht vorbereitet. Was war das denn? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nee, ich hol's nimmer. Ach komm, fick... Wo ist denn noch ein Generator, Alter? Es fallen nur zwei Stück... Da ist einer! Ich höre einen! Aber wo ist der Generator? Das ist doch meiner! Ich weiß wo er ist! Ach da! Ähm... Achso, der ist schon fertig! Ups! Ach, unter mir ist die jetzt, ja. Was macht sie unter dir? Ah... Ich bin gerade bei den komischen... Ich hab keine Ahnung, wie man das Ding überhaupt nimmt hier. Versuchsstadion... keine Ahnung. Versuch's Labor. Ja. Ich bin im Keller. Versuch mir eine SELF-Kasten. Komm zu mir, ich helf dir. Nö, danke, zu dir mögen ich nicht. Okay. Ne Taschenschlampe. Geil. Ach, da ist einer. Ich hab einen! Ich hab ne Taschenschlampe. Okay, der ist wirklich blind. Wird er still nackt? Heilige! Okay. Wo bist du? Bayern-Generator. Wo? Äh... Da wo viele Betten stehen. Ich glaub da wo die Luke war, wo du mal reingesprungen bist. Das hilft mir sehr viel. Ach scheiße, da wo's explodiert ist. Hä? Bei mir ist nix explodiert. Lügt nix. Hä? Da ist ein Generator. Geil. Wieso kommt jetzt die... Super, es kommt da in den Kilo. Oh! Wieso kommt jetzt die... Super, es kommt da in den Kilo. Oh! Ähm! gerade zum explodieren haben lassen also ich bin dann der einzigste ich glaube das schaffen wir nicht lenke sie ab ich mache einen generator wirklich ich halte geil sie verfolgt ich bin jetzt weg tschüss wie oft noch hat er nirgendschlang was ist der generator ist zur hälfte fertig ach du scheiße das ging schnell ach nicht schon wieder f*** dich scheiß plus kur wickel dich frei und ich tschüss ich schwecke mich frei was war das denn ach da bist du ja genau hinter dir kämpft die kämpft die nein die kämpft nicht ist weg und wir aus komm heil mich nicht schaff ich nicht alter du hey ich mach den rater das muss gehen das muss gehen denn total ich bin frau aussch mal so aussch gerade in der Aufnahme gesehen, oder? Du standst gerade in mir. Und der... Ich bin der Beste, yeah! What the... Die sind einfach rausgezogen. Schlechte Verlierer. What the... Alter. Was zum Teufel stimmt denn mit dir nicht, Alter? Also nicht mit dir, sondern mit der... Fängering, also mit der... Wie heißt die überhaupt? Jägering. Jägering. Ja. Ja, hier. Also das war's, Machen, von diesem... Nein. Also ich hab schon nicht... Das war's von mir. Einmal eine Art, Alter. Die Banzi ist böse. Ciao. Willst du mal? Also ich spiel halt nur weiter. Ich nicht, ich spiel halt jetzt. Ich nicht, Alter. Jetzt heißt es, finde die Luke. Findet die Luke. Ja, du bist doch drin. Ja, ich... Äh, da ist... Da ist kein Jägerin mehr da, also. Doch, die Jägerin ist da. Die hat mich gerade schon fast, äh... Zweimal, einmal am Haken ge... Zweimal sogar am Haken gebracht. Kann nicht sein. Doch, ist! Weil das direkt schloss das von... Von... Ich zock doch gerade noch. Schau dir die Aufnahme an. Ein Bug. Ja, ein großer Bug. Oder... Oder... Ein Cheater. Weil das hängt auch da manchmal. Da war doch immer... Hä? Was ist mit Alex das los? War doch da nicht immer die Luke? Hey, da war doch immer die Luke, hätte ich gedacht. Weißt du was? So, kriegt mal Punkte. Findet die Luke, findet die Luke. Boah, das hängt so komisch immer. Hä? What the fuck is das denn? Alter, die moddet. Die moddet. Die kannst du zu... Ein... Teleportieren. Guten Tag, hey, Raider Nato. Hi. Hey, geht da durch. Ähm, ich kann nicht mal gehen. Ja, weil... Nein, ich... Boah, ich kann nicht schlafen. Ich hab' euch von mir auf den Tag. Und du hast nichts aus. Hä? Du kannst jetzt nicht mehr auf. Überall. Nee, ich geb' nicht auf. Doch, weil sie sich nicht mal bewegen. Ich geb' nicht auf. Du gibst auch. Was hast du das gemacht? Hä, da ist die Luke. Du brauchst jetzt nicht mehr rein. Schaut, das meinte ich. Die Spieler wird jetzt auch... Was? Ich spiel ja. Ich spiel's weg. Ich spiel' nicht weg. Was war das denn? Das ist aber wirklich eine komische Runde. Ja, genau. 21 Minuten Aufnahmezeit. Das war eigentlich perfekt. Alter, was... Äh, was war das denn bitte? Ach, scheiße. Wollte ich genau noch fertig schreiben. Hab ich gerne gemacht. Er schreibt. Hab ich gerne gemacht. Aber ich check' nicht. Komische Runde. Wirklich komische Runde. Ich glaub' dann... Ja, hat man gerade gehört. Ähm. Meine Kurzblutspunkte. Level 16. Nein. Einer fehlt noch und dann... Ja, dann würde ich sagen, das war's für diese komische Runde der Partei heute. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Euer der Heigl. Ich sag's schon gleich mal wieder. Ciao. Mit V. Ciao. Und ich bin raus. Ich sag's schon gleich mal wieder. Ich sag's schon gleich mal wieder. Ich sag's schon gleich mal wieder. Ich sag's schon 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 mal wieder. Vielen Dank.